Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Und wir hätten eigentlich oben bleiben können, fällt mir gerade so ein, wir müssen wieder hoch Weil wir müssen ja noch ein bisschen, wo kommt der denn her, äh, Granit ranklatschen Erstmal gucke ich, ob hier noch was liegt Na? Und zwar für diese Unterseite hier Boom Sehr gut Also Jetzt ist Busy Francki Wie wir das jetzt nach oben zu gestalten Und zwar für diese Unterseite hier Ich glaube fast, das können wir dann so lassen, oder? Einmal noch hier den Rest rum Dann hier Zäune wieder rauf Und dann passt das, glaube ich Das heißt, Zäune Wir brauchen Zäune Hui, usch Viel mehr Zäune So, ähm Und wenn wir das dann hier fertig haben, werde ich auch erstmal vom Tempel ein bisschen Abstand nehmen. Wir müssen zwar im Kellerbereich noch was machen und auch im Erdgeschoss und in der ersten Etage, aber irgendwie will ich mal wieder was Neues anfangen. So, um es mal sehen zu können, werde ich mal hier schon mal dicht machen. Hauptsache, wir kommen noch hoch. Okay, wir haben jetzt neun, acht habe ich da noch übrig, wenn ich hier dicht mache. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei brauche ich dann noch. Die Sonne geht gleich unter. Eigentlich könnten wir dann doch nochmal in die Granithöhe. Und kann ich noch ein bisschen holen. So, tada, zack. Gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal schnell noch an. Jo, dat geht. Dat geht. War das nicht? Oh, jedes Mal suche ich diese, da, Höhle hier. Oh, okay, war nur ein Zombie. Ich dachte schon, ein Creeper ist runtergeflogen. Alter! Ah, fuck, wir haben keine Fakern dabei. Also, keine Minenerkundung. Den können wir auch gar nicht so lange hier unten bleiben. Wir können ja die, obwohl, wir können uns mal kurz Kohle mal abbauen. Das würde gehen. Schon hätten wir fackeln. Das würde gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 So... 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 hier wird gar nicht so wirklich auf durch das wasserloch hier auch viele blöcke sind übrig geblieben mensch mensch ok ab 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 So. Und jetzt machen wir das Ding oben dicht, würde ich sagen. Ne, wir machen das anders, ich werde die Blöcke natürlich hier nicht liegen lassen. Eigentlich müssten wir zweimal runter. Ich kotze. So, ja, okay. Ich habe das von hier gewechselt. Hey, haben wir nicht noch Zäune gemacht? Oh, Mann. Wir waren jetzt wieder so schlau. Na gut, machen wir das in der nächsten Folge fertig. Spitze bedanke mich. Bis dann. Hm. Okay. 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 Okay.